Fangen wir mit Hogsmeade an und dann gehen wir nochmal nach Hogwarts. Gucken wir, dass wir die wenigstens 100% fertig kriegen. Der Rest ist mir, muss ich ganz ehrlich sagen, zu aufwendig. Vor allem im Stream auch zu öde. Was haben wir denn hier noch? Zwei Handbuchseiten, eine Demi-Guys-Statue und zwei Sammlungstruhen. Ja komm, das machen wir, das kriegen wir hin. Und Hogwarts wäre auch cool, dass die beiden Orte wenigstens noch auf 100% haben. Das wäre cool. Es parkt sich nur natürlich, wo die sind. Aber jetzt haben wir auch alles, ne? Wir haben alle Homora-Schufe 3. Nun können wir noch in jede anderen Häuser rein, die wir vorher noch nicht reinkamen. Aber Hogsmeade und Hogwarts habe ich, glaube ich, noch Bock abzusuchen. So, war das jetzt ne Sammlungstruhe? Hat das gezählt? Ja, 4 von 5, nice. Aber haben wir hier noch einen Demi-Guys vielleicht drin? Oh, sag nicht, das waren nicht sogar beide Truhen schon. Das wäre dann ja echt schnell gegangen. Ne, okay. Aber Demi-Guys sehe ich hier auch nicht. Boah, ich muss mir echt... Aber das ist auch doof, ne? Ich will eigentlich wieder ein bisschen... Ich bin eigentlich auf Diät, aber so beim Stream ist Snacken immer voll nice, ne? Aber das ist nicht gut, wenn man auf Diät ist. Aber ich habe trotzdem jetzt schon wieder Hunger. Ich habe aber trotzdem nichts zu essen. Es ist doch alles Käse. Bling, mach doch irgendwo Bling, Bling für Handbuchseiten. Komm schon. Bling. Hier haben wir noch ein Schloss. Da haben wir auch noch ein Schloss. Okay. Alohomora. Hallo? Aha. Es blinkt hier aber auch nix, ne? Mach Bling, Bling. Immer noch vier von fünf. Eine Truhe, zwei Handbuchseiten. Eine Demi-Guys-Statue. Aber wir haben halt noch einige Häuser, in die wir sonst nie reinkamen, wo wir jetzt aber reinkommen, weil wir Alohomora schon für drei haben. Oh, hallo? Aha, jetzt. Bada-ba, bada-ba-ba-ba-ba. Okay, gleich den Keller nicht vergessen. Hat aber immer noch keinen Bling. Immer noch nicht die Sammlungstruhe gewesen. Ach gut, die Sammlungstruhen, die werden eigentlich immer auf der Karte markiert, oder? Nee, wurde die gerade markiert? Nee, gerade wurde die ja auch nicht markiert, oder? Ha. Einmal hier raus. Und hier war noch irgendwo ein Schloss. Ja, da unten sind noch mehr. Ja, jeden Schritt einmal. Alohomora, Alohomora. Nee, Revelio, genau. Nicht Alohomora, sondern Revelio. Aber man muss halt hören, ob man irgendwo das Blinken hört, für die Handbuchseiten. Das ist essentiell wichtig. Revelio. Moment, sag nicht, ist wieder in irgendeinem Versteck noch drin. Das wäre natürlich doof. Wo sind wir gerade da? Eins von eins, okay. Da steht nichts mit Sammlungstruhe. Okay, das war alles. Hier steht auch nichts mit Sammlungstruhe. Okay. Hm. Dann mal hier weiter. Hallo. So. So. Komm schon, du gehörst mir, Demi-Guys. Sag es. Sag es, sag es, sag es. Er sagt es einfach nicht. Boah, da sind hier viele Truhen drin. Heiliger. Immer noch vier von fünf. Wo war... War doch irgendwo noch ein Alohomora-Schloss, oder nicht? Hä? Ah, okay. Tja, wucken wir als nächstes. Da oben. Oh, da ist noch eine Desil-Desil-Desil-Desil-Desilierungstruhe. Aha, hast nicht gesehen. Immer noch vier von fünf. Äh. Da war immer auch noch kein Blinken. Alohomora. Alohomora. Dam, da-dam, dam, da-da-da-da-dam. Ähm. Ach, geh hoch. Hallo, öffnen. Öffnen Sie bitte. Danke. Okay. Immer noch. Ich check immer. Ich check noch nicht so ganz, was das... Wie man die Sammeltruhen erkennen kann oder unterscheiden kann von normalen anderen Truhen. Aber normalerweise müssten das die Truhen sein, die auf der Map erscheinen, ne? Oh, da ist noch eine Handbuchseite. Okay. Nice. Verkaufst du zufällig Malvenkraut? Schauen Sie sich in Ruhe um. Tatsächlich eher damit. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Nö, das war's eigentlich. Dankeschön. Schauen Sie sich in Ruhe. Das ist doch alles doof. Ich finde auch eine Demigeist-Statue, finde ich nicht, ne? Naja. Wir können auch mal andere Seite von Hogsmeade nachschauen, aber... Also es wird heute definitiv der letzte Stream mit Hogwarts Legacy sein, das sage ich jetzt schon mal. Ob wir jetzt Hogwarts und Hogsmeade mit 100% schaffen oder nicht, ist egal. Wäre schön gewesen, aber ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Nächstes Mal fangen wir auf jeden Fall mit Uncharted an. Freue ich mich halt auch mega schon drauf, ne? Und wir haben auch Hogwarts jetzt lange genug gespielt. Da oben ist noch ein Schloss. Oh, das ist hier. Da oben ist die Sammlungstruhe. Nice, wir haben sie. Sehr schön. So, dann ist es jetzt wirklich nur noch... Eine Handbuchseite und ein Demigeist. Handbuchseite habe ich tatsächlich eine Idee, wo sie sein könnte, aber Demigeist nicht. Eigentlich sollte uns die Demigeist-Statue auch mit Reveglio angezeigt werden, wenn sie in der Nähe ist. Das ist sehr merkwürdig. Aber vielleicht nochmal in diesem Teil von Hogsmeade. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ist so. Vielleicht flattert hier auch noch irgendwo eine Handbuchseite rum. An diesen Bereichen von Hogsmeade waren wir halt nicht so oft. Reveglio. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier irgendwo eine Handbuchseite noch rumflattert, aber die Demigeist-Statue vermute ich hier eher nicht. Aber... Tja, 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 tja. Das schaffst du schon. Aua, 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 aua. Aber ich höre halt auch keinen Blink. Sind wir noch in Hogsmeade hier? Ja, ne? Nö. Ne, ne, Teil von Hogsmeade zählt gar nicht mehr dazu. Oh, Moment. Landeplatt. Oh, was? Ach, ne. Hä? Da. Hm. Zählt aber auch gar nicht mehr dazu. Okay, scheiße. Müssen wir zurück. Das zählt hier gar nicht mehr zu Hogsmeade. Sehr schade, sehr schade. Aber egal. Das ist einfach so geil hier zu sein, ne? Einfach nur herrlich, wirklich. Aber mich wundert das halt auch, dass sie nicht mehr angezeigt wird, die Demi-Guys-Statue und so was, ne? Uns wird jetzt so wirklich überhaupt gar nichts mehr hier angezeigt. Wir waren in allen Häusern anscheinend. Wir haben alle Truhen anscheinend. Ich hab keine Ahnung. Wo die letzten beiden... Oh, ich hab die Handbuchseite. Nice, 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 nice. Und vielleicht ist da auch dann auch noch die Demi-Guys-Statue. Oh, das wäre natürlich ultra gut. Aber sieht nicht so aus. Aber wir haben die... Es fehlt nur noch die Demi-Guys-Statue. Komm her. Hallo. Junge. Was? Easy. So ist es einfacher. Rebellion. Hm. Wo ist die Demi-Guys-Statue? Was ist denn los, Katzen? Philo Rafiki. Was ist? Die Idiotis. Als ob man hier nicht hochkommt. Ich habe gehört, dass sie mit Clementine Schmetterlinge sind. Na komm schon, du kommst hier schon rüber. Komm schon, ich will nicht außen rumlaufen. Komm schon, du kommst da rüber, du kommst da rüber. Ja, ich habe gesagt, du kommst da rüber. Ja, komm schon. Nice. So, alle Handbuchseiten. Eine Demi-Guys-Statue. Ich werde nicht mehr. Wo könnte die denn noch sein? Tja. Tja. Die müssen uns eigentlich auch angezeigt werden mit Rebellion. Das ist das Problem. Und wir sehen sie halt einfach nicht. Rebellion. Das ist das Problem. Ja, hm. Sehe ich ganz genau so. Oh, drei Quidditch-Ringe. Cool. Ja, voll schade, dass es in dem Spiel gar kein Quidditch gab, ne? Das wäre halt auch irgendwie cool gewesen. Quidditch spielen zu können. Das ist die einzige Kritik... Oh, da oben ist die Demi-Guys-Statue. Das ist der einzige Kritikpunkt an diesem Spiel. Kein Quidditch. Ja, wir haben Hoxmink zu 100%. Wupp, wupp. Cool. Ja, was hat man dazu? Wer sucht, der findet. Nice. Wenigstens das. Perfekt. Und jetzt gehen wir nochmal nach Hogwarts. Da haben wir noch einiges zu tun. Oh, Hogwarts haben wir noch einiges zu tun. Oh, das kriegen wir nicht hin. Bis zum nächsten Mal, aber ist egal. Wir machen wenigstens nochmal ein bisschen. So, wir gehen einfach irgendwo hin. Ich weiß nicht. Einfach mal hier. Und dann schauen wir mal. Wo uns der Weg so lang führt. Oh, das ist ein bisschen. Ich weiß nicht, wie wir noch ein bisschen. Wir machen noch ein bisschen. Aber ich weiß nicht, wie wir es nicht verhindert. Ich weiß nicht, wie wir affairs darin können. Aber ich weiß nicht. Oh, was ist hier? Wie gesagt, wäre zwar alles schön gewesen, aber ist halt leider einfach nichts für den Stream. Die 100% hier. Die 100% hier. Oh, was ist denn das? Ah, Moment. Scheiße. Doch, hat gezählt. Okay, cool. Geh rein. Ja. Das sind noch viele Sammlungsformen. Also wir nehmen jetzt so viel wie möglich noch mit aus Hogwarts. Und dann ab nächstes mal Uncharted. Ich freue mich halt auch einfach schon zu sehr auf Uncharted. Und immer wieder ein anderes Spiel, als dass ich das hier nicht so viel noch weiterspielen könnte. Haben wir noch mehr von den Türen? Da waren vier Symbole. Aber sieht man das irgendwo? Oh, ja. Hä? Die geht auch auf? Nee, geht sie nicht. Ach so. Ah. Jetzt aber. Nice. Okay. Oh, man muss gucken dann überall, wo diese Symbole sind. Da sind noch Türen. Oh, nein. Nein. So. Aha. Bup. Und dann weiter hoch. Oh, scheiße. Ich sehe nicht. Ich kann das nicht lesen. Ist hier noch irgendwas? Reveglio. Nee. Au, wir sehen es mit Reveglio auch. Natürlich. Aber woran sehen wir das denn jetzt? Aha, aha, aha. Von hier. Wie? Nein, nein, nein. Hä? Zählt nicht? Warum? Oh, was? Hä? Ja, das hat gereicht. Gut. Nice. Hier ist noch ein Lumos-Rätsel. Lumos. Oh, je. Was weiß ich, wie ich von hier nach da draußen komme. War das einfach hier direkt? Ah, ja. Okay. Muss dann irgendwo hier sein. Wir haben uns die Motte auch angezeigt. Ja, hier. Nice. Nice. Lumos. Cool. Wer damit? So, aber es müsste noch irgendwo eine Tür geben. Da oben wahrscheinlich. Toll. Na toll. Müssen wir nochmal hochrennen? Nein, falsch. Wo war die Tür? Äh, die Treppe. Äh, Treppe. Ja. 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 Oder in dem Moment. Das war die Tür, die wir schon hatten, ne? Äh, hallo? Äh? Da oben ist noch was. Aha, aha, aha. Noch höher. Dum, buddudum, buddudum, bum, bum. Ja, das kann es... Nee, Moment. Hatten wir das nicht auch schon? Moment, Moment, Moment. Doch, das war die allererste Tür. Oh, es macht blingen. Oh, da ist noch eine Tür. Und wo blinkt es? Oh. Und wo ist die Tür? Hä? Wo ist die Tür? Geh durch? Oh. Was ist denn das für ein Symbol? Das komische K. Geht das auch von hier? Scheiße, nicht getroffen. Geht das überhaupt von hier? Wäre nice. Geht nicht? Boah, was? Hm, sehr ätzend. So, dann schnell zum K. Und dann schnell hochrennen. Na los. Na los. Rein. Wie? Gut. Oh, löse Geheimnis. Hm. Löse Geheimnis. Und wir haben die 80%. Nice. Immerhin. Gibt noch ein weiteres Geheimnis. Aha, aha, aha. Aber dann haben wir doch echt super viel von dem Spiel mitgenommen, ey. Ich bin zufrieden damit. Rebellion. Oh, schaut mal da. Auch noch Ballons. Egal. Wir machen das eh nicht mehr. Ja, ist die Handbruchseite jetzt weiter oben? Weiter vor, ne? Hä? Boah, scheiße, ey. Echt gar nicht so einfach. Das wäre auch einfach ein wildes Gesuche, ey. Oder ist einfach ein wildes Gesuche, ne? Ne, hier wird es leiser, glaube ich. Hier wird es wieder leiser. Boah, ich habe absolut keine Ahnung, ey. Was? Puh, also ich weiß wirklich nicht. Wir gehen mal in den anderen Bereich. Ja, wo sehe ich denn? Wo noch? Ach, da. Okay, wie kommen wir da hin? Das ist auch noch ein Demigeist. Da sieht mal einer an. Aha, aha, aha. Sehr schön. Aber ich wollte eigentlich zu dieser Truhe. Hm. 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 Revealio. Revealio, aber... Irgendwie finde ich hier in der Nähe gar nichts mehr. Ist ja eigenartig. Hm. Dann gehen wir nochmal... ...in den Bereich des Schlosses. Boah, keine Ahnung, ey. Ich glaube, damit verabschiede ich mich für heute aus dem Stream und auch mit Hogwarts Legacy. Ja, das reicht. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, über 60 Stunden Arbeit Hogwarts Legacy gespielt. Ich glaube, das sollte reichen. Man sieht aber auch nichts mehr so, ne? Hm. Revealio. Oh nein. Ach, das war diese Tür. Ja, da waren wir auch schon mal. Ah ja, ich finde aber auch wirklich nichts mehr. Wollen wir noch lange nicht alles haben eigentlich. Revealio. Okay. Ja, da hat jemand auch eine Nebenquest, aber das ist jetzt egal. Ja, da gibt es noch irgendwas, aber wie kommen wir da hin? Oh, je, je, je. Ja gut, es ist halt einfach ein wildes Rumgesuche, ne? So was hätte ich ja mal Bock, so alleine für mich so auf der Couch liegen zu machen. So was wäre nice. So, aber dann würde ich sagen, speichern wir hier einmal ab. Und das war's dann mit Hogwarts Legacy. Und 80% bin ich mit zufrieden. So, nice. Super, super geiles Spiel. Ich hätte mir noch ein bisschen gewünscht, dass Quidditch oder sowas mit drin gewesen wäre. Das wäre cool gewesen. Aber naja. Mega nice Spiel. Okay.